Konnichiwa bei Kazei Deutschland und herzlich willkommen zum fünften und letzten Video zu Black Torch. Ja, leider müssen wir uns jetzt verabschieden von unserem lustigen Katz-und-Ninja-Spiel. Aber wir wollen ja auch alle wissen, ob es ein Happy End gibt für Jiro und Rago. Denn irgendwie hat es Rago ja geschafft, sich ausgerechnet von seinem Erzfeind gefangen nehmen zu lassen. Und Jiro muss ihn jetzt da rausboxen. Also holt euch unbedingt Band 5 von Black Torch, der erscheint am 5. Dezember. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Part in diesem Video, zur Bekanntgabe der Gewinner unserer tollen Meme-Aktionen. Und das wird unsere Eventmanagerin Aline übernehmen. Also begrüßt jetzt mit mir Aline. Vielen Dank Christine für diese nette Vorstellung. Wie sie schon sagte, mein Name ist Aline und ich bin bei Kazei für unter anderem die Messen zuständig. Man hat mich vielleicht auf der einen oder anderen Convention schon einmal gesehen. Unter anderem auch auf der Leipziger Buchmesse, wo wir die Meme-Aktion für Black Torch das erste Mal vorgestellt hatten. Und heute habe ich die ehrenvolle Aufgabe, die 5 Gewinner vorzustellen. Ich fange direkt einmal an mit der Flammenkatze auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch. Weiterhin auf Instagram hat teilgenommen und gewonnen das Tofu-Tier. Die Manga-Fee ebenfalls auf Instagram hat auch gewonnen und wir gratulieren sehr herzlich. Maren-Merlin, auch auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch. Und ebenfalls ein Twitter-Gewinner dieses Mal, nicht nur Instagram. Der oder die Kiyo. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr alle mitgemacht habt. Und falls ihr euch wundert, warum so viele Instagram-Gewinner dabei sind, es haben auch ein paar mehr Leute bei Instagram mitgemacht. Deswegen, es passt schon. Natürlich wollen wir beide euch auch nicht vorenthalten, was ihr gewonnen habt. Es sind super tolle Black Torch-Preise. Zum einen bekommt ihr ein wunderschönes T-Shirt in eurer Größe. Dazu werden wir uns auch noch auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen bei euch melden, damit ihr uns eure Größe durchgeben könnt. Deswegen wird es auch ein bisschen dauern, bis ihr die Gewinne bekommt, denn die T-Shirts müssen erst mal an eure Größe gedruckt werden. Weiterhin gibt es ein wunderschönes Black Torch-Feuerzeug, Sticker, eine Postkarte und ein Poster mit Black Torch-Motiven. Herzlichen Dank, Aline und herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Vielen, vielen Dank für die Einsendung eurer tollen Memes. Wir verabschieden uns jetzt langsam von Black Torch. Und vielleicht sehen wir ja irgendwann mehr von Takaki-Sensei. Aber wir genießen jetzt erst mal nochmal die Cover, die uns wirklich sehr gut gefallen haben. Und damit verabschieden wir uns auch. Tschüss! Tschüss! Musik Musik